Was machst du hier? Da hast du eine Rolle Klubpapier. Klubpapier? Genau, zwei Rollen brauch ich. Gerade war es noch eine, jetzt zwei? Ja. Problem damit? Also bist du der Klubpapierbeauftragte? Ja was soll, was hast du da? Was glaubst du, was es ist? Eine tragbare Toilette, komm ich zeig's euch. Schaut rein. Der war feucht, oder? Der ist gut. Ja. Stinkt. Waffen! Ey Leute, das ist nicht mein Koffer, wirklich. Ich brauche nur Klubpapier, zwei Rollen. Wirklich, nur zwei. Ihr habt gar kein Klubpapier. Okay, dann bekommt niemand Klubpapier. Und tschüss. Und tschüss. Hier ist es das aber das ist das war auch. Wirklich, kein Klubpapier. Vielen Dank.